Hallo und herzlich willkommen in der Arena mit den vier Leuten pre-made und einem wie heißt der neue nochmal? Chuck? Ich kann mir das immer nicht merken Chuck, ja, so wie, äh, genau, ähm, ja, äh, wie Chuck, wie Chuck Norris Genau Das passt auch, weil es auch so ein Physical ist Okay Ja, irgendwann hab ich's drauf Hi! 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 Okay, british Ja, hier, british So, wollen wir hier wieder, äh, machen wir mal Double Push Wie heißt der Scheiß? Sieben-Zehner-Split? Ja, genau, Double-Pull Ich geh hier ran, ähm, Shang-A, du holst mal hier aus dem zweiten, bitte No, 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 no Ja, so ist es Das übrigens, wir haben übrigens den neuen Gott dabei Dann nehm ich den da, dann nehm ich den Yellow Back Hatten wir ja grad gesagt, Chuck, das ist, ähm, ein, ein, ein Maya-Gott des Donners Ja Und, äh... Wie man definitiv an der riesigen Achse sieht Der ist schon geil, ich finde, ich mag den Ich bin gespannt jetzt Ja Also man muss sich ein bisschen zurückhalten Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab mich sehr mit dem zurückgehalten vorhin, als ich mal gezockt habe Aber er hält echt was aus, der ist echt stabil Der ist ein Bruiser Ja Also, naja, es ist ja wie mit neuen Göttern immer, äh, die sind einfach immer stark Sagen, die auch ungebalanced sind Ja Aber den kann man definitiv wegnyuten, übrigens haben wir Weihnachtsbachus gegen uns Uuuuuh Ja, geil Der Hase ist so süß Okay Leute, seid ihr alle fit? Ja, seid ihr alle da? Poseidon, ich hol' Poseidon Hab Poseidon Ich geh auf Cupid los Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich bin tot Ich bin tot Ich hab den Shit überlebt Ah, und dann kommt die, kommt Nein, lass mich! Bis Todes! Dankeschön, wer auch immer mir da grad den Arsch gerettet hat So So Haben wir denn viel physical? Ja, nein Ja, hier Physical, physical, magical, magical, magical Ich geh ran Vulcan ist ja jetzt übrigens auch kein Tank mehr Finde ich gut Den haben die meisten ohnehin nicht als Tank gespielt Ja, das stimmt Helfen wir bitte mal dem neuen Gott hier, Chuck Oh, so viel Damage Der macht echt Damage Das haben ihn ja sowieso weniger als Tank gespielt Ich hab schon wieder ein Herz neben am Kopf Ja Das ist die Liebe, die dich durchtribbt Oh, er regnet! Was bringt der Regen? Heilt sich Der heilt sich damit hoch Und er slowt die Gegner um sich rum Heilt der nur sich oder heilt der auch Freunde? Ne, nur sich Scheiße, ihr habt den Tank gepullt Ich mein das Ey, 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 ey Ich mein das Ey, ey, ey Lass dich mal in Ruhe Also irgendwie Hm Dankeschön Ah Nein Also diese Bomben sind echt fies, die der wirft Ja Aber das finde ich das ist eine deutlich bessere 2 als die Als diese Stun oder vielleicht diese Ja Kanone die ihr Feuer hatte Ja, das war ja nix eigentlich Ach Ich muss nach Gott zurück Dann hab ich nämlich mein Fatales vollständig Dann bin ich mal ein bisschen schneller hier zu Fuß Ich geh mal auf Chark los Geh weiter Okay Gefühl So sollte das sein Oh Wenn die Skillgruppe zusammensitzt Ja, ich bin nur immer konzentriert gerade Sorry, wenn ich grad nicht so viel rede Aber ich geh mal auf Dann geh ich mal auf Vulcern Hab Vulcern Geh mal weg Ich geh auf Chark Äh, lass mich mal in Ruhe Die haben's alle auf mich abgesehen Hallo Cupid, taunt mal den mal Ich muss mich zurückziehen Ich bin aber dreiviertel tot Danke für Ult Jo Lauf, 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 lauf Ja, geh nochmal rein Cupid, sehr schön Hehehehe Cupid ist echt gut Der ist, das ist kein Boon Nee, der kann's Hab ich auch gerade gemerkt Das ist doch schon anspruchsvoller hier Von, von wem redet ihr jetzt gerade? Cupid, Cupid Cupid Dankeschön Okay Recht ist noch ein Speed-Buff zu holen Ich hol mir den Speed-Buff, glaub ich Wer den kein anderer will Oh, ja, Shang-Aha mit Speed-Buff, das ist cool Ja, ich lieb die auch mit Speed-Buff, ich glaube er möchte Die kommt übrigens gerade Ja Jo, er wollte den Schade Aber den nehmen wir hier noch, äh, den Shang-Aha mit Red-Buff Komm her, komm her, Shang-A Ja, ja, ne? Okay, okay So auf Barros kommt auch Oh Gott, ich muss weg Allein schon, dass ich euch hier nicht töte Oh Gott, nein, lass mich Schade Ich hab Bulkan Oh Oh Ja, alle rein Also Los kommt Cupid Jawoll So Bin jetzt auch alle gut Ich geh mal Musste weggeultet werden Das ist ein kleiner Viech Ey, wir führen uns schon wieder, ey, das ist echt gut Finde ich gut Ja, aber dann ganz knapp Macht mich fröhlich Ich find's aber ganz gut, scheinbar haben sie auch am Matchmaking was gemacht Denn ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auf zwei, wie sagen wir jetzt, zwei Gruppen gehabt, die auf ungefähr gleichem Level sind wie wir Ja, das macht auch meistens Spaß Ich hab mir übrigens mal Gruppe South, also Minion-Kills für mich nach Wichtigkeit Okay Okay Vulkan Ja, da ist das Ja, da ist schade Ja, da ist schon Äh Axt Ja, der Axtmörder kann sich ja auch zu seiner Axt teleportieren Ja, das ist richtig, der ist richtig gut gemacht Ja, ja, das ist richtig gut gemacht Oh, Rocket Action Oh Rocket Action Ich geh auf Vulcan los, ich geh auf Vulcan, ich hab Vulcan, Vulcan Cupid. Schon wieder. Schön gemacht, Katafin. Hier, Cupid. Sehr gut. Vorsicht, mach was hinter euch. Oh, ich hab zwei, ich hab zwei, lauf weg, bitte lauf. Ich bin weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sonst achse ich nicht. Äh, danke. Uiuiuiuiui, das war ne knappe Kiste. Ah, schade. Ist egal, macht nichts. Für mich dann. Jetzt kann er sein. Ich nehm mal ein 4-5-4-3. Ist keine Bugs. Ich nehm Eidl. Du idlst rum? Ja, ich nehm einen Eidl. Also ich baue hier echt ein bisschen defensiv, weil der Cupid ist gut. Ich baue mir auch grad defensiv. Seid ihr da, Schlupf? Andere baunt sich. Andere baunt sich. Boah, haben wir viel Damage hier, okay. Ah, gut, ich hol mir mal wen. Ich warte mal, bis du Tornado wieder hast. Da hat jemand denn ein Item bekommen. Ich hab, ich hab Cooldown. Ja. Wenn, wenn, wenn ihr Item, wenn ihr okay. Und ich hab ne Ult. Der hat drauf da, ich auch. Von mir aus. Auf, alles ready. Hab zwei. Sehr gut. Wundervoll. Ich geh aufs Schaden. Ja, jetzt, jetzt. Ja, sehr gut. Schön. Ja, sehr gut. Alter. Boah, echt fette Action. Ja, das geht echt gut. Fette Action. Ihr wollt auch nicht von unsere Minions ran? Ach, Angst. Ich glaub, die geben auf. Nach solchen Aktionen geben Leute häufig auf. Ja. Ich weiß auch nicht. Die war echt fies, diese Aktion. Das war echt geil. War wirklich geil. Oh, Buffs sind drüben. Ähm. Ist demnächst. Ist der Blue. Weil das müde sein, muss ich mir ja erstmal... Naja. Okay, ihr seid da hinten. Ich komme mal zu euch. Wie? Ah, ich pull... Ich muss kurz mal zurück dann. Wir haben zwei ziemlich fette Ults. An 33. Ich bin gleich wieder da. Okay, klar. Ich hab mir ja gerade eine Quince der Eis geholt. Noch mehr Schaden. Ah, schön. Noch mehr DPS. Was ist das hier? Poseidon versteckt. So. Oh, Raketen. Rakete. Oh, ihr macht wirklich Savage. Oh, Bam. Äh, es gibt in der rechten Lane Buffs. Okay, ich mach grad mir nichts. Ich lenke die Leute ab. Ich hab... Ich habe Red, sagte ich. Oh mein Gott. Ja, bist du da? Sorry für KS. Tut mir echt klar. Ach, Tod ist Tod. Denn hier. Genau. Der Bacchus. Nee, hier. So. Ab jetzt. Bitte, wenigstens. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich hol mir den Poseidon. Da vorne bist du. Galt. Bäh. Seitdem der kein Tank mehr ist, ist der echt mächtig. Also er war schon vorher mächtig, aber... Ich find den aber auch geil gemacht. Ja, geht den. Dankeschön. Wie oft kann der die eigentlich? Ist das ne... auch so ne 90 Sekunden-Ult? Oder ist die... Nee. Ah, kürzer. Ich glaub das ist kürzer. Okay. Das ist ne... ne Mage-Ult. Also, es sei denn ich verdr... mich gerade... war doch ein bisschen auf cooldown gebaut, also es kann sein, dass es auch daherkommt. Dankeschön, dankeschön. Das läuft echt wie geschmiert, find ich großartig. Aber dennoch sind die etwa auf unserem Niveau, find ich gut. Ja, die sind schon. Ich auch. Ja, also das Matchmaking, äh... Ich hol mir Cupid. Oh. Hab Cupid. Ja, wir sind alle gestunnt. Wir waren gestunnt. Ja. Das war sehr taktisch von denen. Hm. Oh. Oh. Oh, da bin ich tot. Da war ich zu... Gridiii. 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 Aber die kommt nicht mehr zurück. Hahaha. Oder doch. Heilung. Sauerei. Ah, danke. Bitte. Da dritte! Okay, kommt zu Recht. Wir sind alle da. Gut. Jo, das läuft! Alles gut! Na ja, wundervoll. Ja, wundervoll! Wundervolli. Wundervolli. Und das ist ein Klirchen. Okay, ich hole mir jetzt ganz kurz den... Ich habe Hälfte Stacks. Hab Wilkern. Us. Das und das. Ey, Varus! Ich hab nur Wild, also wenn sie... Oh, der nervt mich. Jawoll! Jetzt hab ich keinen Mana. Groß! Oh! Oh! Vulcan! Wenn ihr mich sehen könnt, Vulcan Albtot. Äh! Oh! Weg mit dem Scheiße. Ich muss mal zurück. Ich hab keinen Mana mehr. Ah, sehr gut. Ja, er muss sterben jetzt. Sehr, danke. Sonst wär ich jetzt mal abgetickt gleich. Hilfe, bitte. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die schafft. Ich muss weg. Bin wieder da. Links gibt's Buffs. Oh, Dankeschön. Links gibt's übrigens auch Red, den holen sie sich gleich. Ja. Ich geh ran, den kriegen die nicht. Okay, den hol ich mal. Kriegen den nicht. Red. Du hast ihn, du hast ihn. Ah, falsch rum. Geh weg. Okay, Mr. Katafi, bitte, bitte ein bisschen zurückziehen. Jojojojo. Dankeschön. Zwei leben 50. Ich hab aber Shang-Ah hinter mir. Ja, okay. Oh, wie fett, ey. Der hat sogar hier, äh... Naja, Katze. Unser, unser Chark hat sogar einen... Hab drei! Und... Ja. Bäm, Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann muss sterben. Oh, Gott, da bin ich tot. Nein. Nein. Das ist Heilig-Scheiße. Unglaublich. Ich hab den Weihnachtsmann. Oh, Gott. Dankeschön. Das war... Der Rücken ist geslowed, der ist fast hin. Komm. Voll. Ich brauch mehr Schaden. Spinning Kills, hm bitte! Oh, sorry! Ihr braucht nicht retweeten, das ist natürlich übertrieben. Schauen wir mal ganz kurz den Yellow Buff hier drüben. Ein Yellow Strom Buffett? Wir machen keine Werbung für Yellow-Strom? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir sagen weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes bei Yellow-Strom. Hier ist ein Red-Buff. Achtung! Rechts incoming. Tja, aber leider habe ich den roten Buff für uns secured. Alle da sind alle da. Holt euch mal den roten, wenn er keins. Ey, das kannst du vergessen. Sick, der muss sterben! Ja, danke. Uuuuuhuuhu. Ich mir halt mal rot. Das war gut. Shang'a mit dem Rot-Buff fühlt sich an, als würde ich einen Porsche fahren, der in Panzer-Stahl-Stahl geschmiedet wurde. Was übrigens voll fett abgeht bei Shang'a ist, wenn man mal, äh nicht Shang'a, genau. Athena ist, ähm, Soul Reaver. Das ist völlig abgefahren. Mit der 2 plötzlich. Und ich. Ey, Moment mal. Vielleicht geht das Ding über 50 Stacks. Es geht jetzt schon immer, 175 oder so hat es jetzt? Ich muss weg. Raketen, Raketen, Raketen. So. Pff, dann detoniert das hinter mir. Wie krank ist das dann? Stalingrad 3.0 hier. Ähm, es gibt jetzt 75 Stacks, hat's glaube ich jetzt dann. Okay, gut, dann hab ich noch einen Stacks. Ich hol mir mal das Polynomicon. 2.800 kann man das auch machen. Wo ist denn hier der, 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 der Ding? Hab drei! Ich bin grad nicht da. Ja, das läuft. Hilfe! Ich hab zu viel Damage bekommen, ich bin tot. Okay, du möchtest Stress, kannst du haben. Oh yeah! In your face! Ich glaube jetzt wird er auch fluchen. Das krass ist, dass da, ich finde daran merkt man eigentlich auch, dass es ein richtig geiles Match ist. Ähm, oder auch ein sehr ausgeglichenes Match. Denn keiner von uns hat übermäßig viele Kills, also die Gegner... Sorry. Ja, das stimmt. Macht auch Spaß. Ich finde so, wenn's ausgeglichen ist, ist auch der meiste Spaß. Bleib stehen! Ich mach Minions. Oh Gott! Er bleibt nicht stehen. Dann nehmen wir halt den Bacchus. Weg ist er. Ne, aber ich meine halt, wir sind hier immer noch unter 20 Kills. Ne, unter... Ja, interessiert mich nicht, ob der da ultet oder in Polen fällt und sagt... Ja? Kartoffeln? Apfelmus! Apfelmus! Ich hab schon lange keine Ult mehr gemacht. Wurde mal wieder Zeit, ne? Ich bekomme sehr viel Schaden, ich muss mich zurückziehen. Minions! Ran! Das gibt's ja nicht. Links gibt's Buffs. Wo ist denn der fette Mann? Der neue Krieger, meine ich. Chuck Norris. Oh Gott, da geht's los. Achtung! Links incoming. Ja, wir haben... Zweiter von mir. Sehr gut. Ich bin ganz kurz weg. Warte, wenn ihr noch zwei Sekunden wartet... Wir gehen nochmal Wait, bitte. Ich hab Wait, benutzt ihr auch was? Nee. Auf der GW? Nee, das ist Wake Up. Keine Ahnung. Bin da, bin da, bin da. Machen wir einfach Wuhu. Ich geh ran. Ja. Wir sind hinter dir. Woo, Weihnachtsmann drin! Hab zwei! Scheiße! Mist! Oh, geh mal! Lass mich! Ich kann nicht weg, diese verdammten... Dieser verdammte Whirlwind. Es tut mir sehr leid. Das war sehr schlecht. Wir liegen 50 Punkte vor. Ja. Alles gut. Ja. Das dürfte jetzt nicht so das Problem geben. Hallo. Nein! Zwei lieben 50. Ja, ich weiß nicht. Wie baut der? Der ist Spaß übrigens. Vorsichtig. Ah, gut zu wissen. Danke für den Hinweis. Damage-Bachos ist unterwegs. Der hat mich schon zweimal... Ja gut, dann ist Damage-Bachos jetzt tot in Zukunft. Die kleine Zukunft, die die noch haben. Das ist ja voll krass mit dem Rain, ne? Der hat sich gar nicht schön hochgeheilt gerade. Der braucht mich gar nicht. Ja. Ja. Ich brauch dich. Bleib bei mir. Bleib bei einem Kätzchen. Das war ein Blue und der ist auch nicht unser. Habt noch was. Autsch. Oh. Ich hab vergessen Penetration zu kaufen. Also ich hab... Bisschen so... Halb-Penetration. Ja, mit Irgendwann. Penetration? Ja, ich wollt grad sagen. Das Ding ist. Ja. Schön gemacht. Und ich bin tot. Dann kann ich das jetzt noch beobachten. Ja, ich hab gesehen. Der mit Spachos. Wir müssen nur noch irgendwas töten. Oh nein. Oh, Alter. Das Ding hat mal... Tauchen. Tauchen. Das war auf jeden Fall... Tauchen. Oh. Komm ich hier doch noch mal rein? Ja. Einmal musst du noch kurz Hallo sagen. Hallo! Schein. Mal rein. Was bist du? Oh Gott! Oh Gott! Ah. Ich war drin und bin tot. Ein Minion! Ein Minion! Tötet ein verdammtes Minion! Ich hab einen großen Minion platt gemacht, Leute! Ein schönes Mensch! Awesome! Ein würdiges Ende für ein geiles Gang. Das war spannend, ja. Gegen Ende? Da dachte ich ja kurz grad noch... Danke fürs Zuschauen! Tschö tschö! 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 Untertitelung des ZDF, 2020